Der Österreichische Astronomische Verein freut sich sehr, sein Mitglied Michael Jäger als Referenten begrüssen zu können. Michael Jäger ist ein umtriebiger österreichischer Amateurastronom und international bekannter Kometenentdecker. Freuen Sie sich auf die Berichte über seine ersten visuellen Kometenbeobachtungen als Jugendlicher, über die Entwicklung seiner fotografischen Aufnahmetechniken bis hin zu den spektakulären Aufnahmen besonders interessanter Kometenschweife. Künftig wird er auch in Martinsberg im Waldviertel, der Ort ist für unseren Verein wegen unserer dortigen Meteorstation bedeutsam, in seiner neuen Sternwarte nach den Kometenjagen. Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Danke für die Einladung, hier wieder mal im Masterverein einen Vortrag zu halten. Sehr ungewöhnlich heute digital, also das ist auch eine Premiere für mich hier im Zuge des Astrovereins. Bis jetzt haben wir das immer in dem Vereinslokal gehalten. Und ja, das Thema hat der Gottfried schon angerissen, sind die tausend Kometen, die ich beobachtet habe. Aber bevor ich mit dem Thema einsteige, möchte ich noch kurz auf den Maas Bezug nehmen. Ich habe auch jetzt kurz rausgeschaut. Maas ist heute wirklich wunderbar zu sehen und der Vortrag wird nicht so lange dauern. Und Sie werden dann vielleicht auch noch die Möglichkeit haben, einen Blick darauf zu werfen. Ist gleich hell wie Altebaran und auch ungefähr in einer ähnlichen Färbung. Nun gut, zu meinem Thema. Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich seit meiner Jugendzeit mich mit dem Thema Kometen beschäftige. Und daher bekommen Sie heute von mir einen Rückblick auf über 40 Jahre Kometenbeobachtung in Österreich. Das, was ein Amateur machen kann in der Vergangenheit und aber auch, was man heute noch sinnvollerweise als Amateur im Sinne der Wissenschaft machen kann, das wird ein bisschen ein breiter Bogen sein. Dazu gibt es natürlich auch einen Blick, mit welchen Geräten ich das mache. Und Sie bekommen natürlich auch eine gewisse Überdosis Kometenfotos serviert. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Das ist heute irgendwie das Thema. Nun, warum steigt man eigentlich in die Astronomie ein? Also wenn man das, ich mache das seit meiner Jugendzeit, stellt sich natürlich immer zuallererst die Frage, warum tut man das? Warum wird man nicht Jäger, Fischer, Briefmarkensammler? Warum gerade die Astronomie? Und da habe ich diesen Spruch vom Ernst Fersler, einen österreichischen Dichter, gefunden. Wer unterwegs zu den Sternen ist, der hat die ganze Welt hinter sich. Ich möchte es ein bisschen abwandeln. Wer unterwegs zu den Sternen ist, der lässt die ganze Welt hinter sich. Und ein bisschen ist Astronomie auch für mich über Jahrzehnte ein Ausgleich zu meiner beruflichen Tätigkeit gewesen. Ich war vier Jahrzehnte in einer Tageszeitung beschäftigt. Ich habe sehr viel Stress gehabt und habe die Astronomie und die Leidenschaft zu den Kometen sozusagen als Ausgleich immer daneben gehabt. Gehen wir weiter vom Thema. So, jetzt zweite Folie. Ich muss Sie am Anfang mit ein bisschen Statistik belästigen, weil sonst versteht man den Titel nicht. Seit dem Jahr 1982 bis zum Jahr 2021 habe ich mehr als tausend Kometen fotografiert. Das ist jetzt von meiner Statistik die erste Seite und die letzte Seite. Sie sehen da hier genau angeführt, welche Kometen ich damals in den 80er Jahren fotografiert habe und welche jetzt sozusagen aktuell es sind. Und wenn Sie genau schauen, waren es in den Jahren 82, 83 eigentlich nur so 13, ein gutes Dutzend Kometen, die ich damals in einem Jahr beobachten konnte. Hier haben wir ungefähr das, was ich in zwei Monaten oder machen kann aktuell. Also ungefähr, das ist jetzt das, was ich seinerzeit in einem ganzen Jahr, in den 80er Jahren fotografiert habe, mache ich jetzt so in ein paar Wochen. Die Hintergründe dazu sind auch irgendwie klar. Man muss nämlich, wenn man sich die Statistik anschaut, wie sich diese ganze Kometenentdeckung historisch entwickelt hat, mal wissen, dass man eigentlich lange Zeit in einem Jahrhundert nicht mehr als 30 Kometen beobachtet hat. Also das ist jetzt einmal eine Statistik, die würde ich hier da anzweifeln, dass im 19. Jahrhundert auch nur so wenig waren. Aber in der Zeit vor der Erfindung des Fernrohrs kommt das schon ganz gut hin. Also mehr als 30 Kometen in einem Jahrhundert gab es eigentlich gar nicht zu sehen. Das erklärt aber auch ein bisschen sozusagen den Mythos rund um den Kometen, warum das damals was Besonderes war. Und bis zu einem gewissen Grad auch heute noch, was Besonderes ist, weil die, die man damals gesehen hat, konnte man nur mit freiem Auge sehen. Also die waren schon auffällig. Erst mit der Entdeckung des Fernrohrs sind es dann mehr geworden. Aber speziell erst so wirklich jetzt in den letzten 50 Jahren hat die Entwicklung rasant zugenommen. Vor allem, man sieht es hier an der Statistik der periodischen Kometen. Man muss wissen, aktuell sind 419 periodische Kometen bekannt und von meiner Planet Center ausgewiesen. Und wenn man sich anschaut, 1959 waren erst 50 Kometen, periodische Kometen bekannt. Wenn man dann schaut, 1999 waren es 140. Also innerhalb von 40 Jahren sind da nicht einmal 100 dazugekommen. Und jetzt sieht man, dass das eigentlich sich rasant verdoppelt und verdreifacht hat. Der Frontier entdeckte, ist 1992 gewesen, gell? Der war 1998 und ist 15 Jahre später, 2013, wiedergekehrt und hat dann eine periodische Nummer bekommen, die Nummer 290b, heißt der jetzt. Und wenn man sich dann eben noch anschaut, wie viele Kometen es absetzt, der periodischen nämlich insgesamt, also der periodischen und der nicht-periodischen, also Kometen, die nur alle paar tausend Jahre oder gar nicht mehr zurückkehren, muss man sehen, zum Zeitpunkt des Halleschen Kometen 1985 waren weniger als 1.000 Kometen insgesamt in der Menschheitsgeschichte dokumentiert. Und wir halten jetzt schon bei 3.700 plus 4.000 Stück, die der Sonnensatellit SOHO nur in Sonnennähe beobachtet. Das sind kleine, winzige Mini-Kometen. Die meisten verglühen natürlich dort. Auch bei mir hat sich natürlich das ganze Bild ziemlich verändert. Also in den ersten acht Jahren habe ich 87 Kometen von, also 82 bis 1990, 87 Kometen fotografiert. Und es waren im Jahr 2000 auch erst 194. Also in den ersten 20 Jahren waren es knapp 200. Und in den zweiten 20 Jahren sind es dann plötzlich noch 800 dazugekommen. Der häufigst beobachtete Komet war der periodische Komet Enke. Der hat eine Umlaufzeit von 3,3 Jahren. Also kommt relativ häufig vor. Und den habe ich in all diesen Jahren einmal visuell und dann fotografisch beobachtet. Dazu kam er noch meine Entdeckung, aber das werden wir dann später machen. Und weil ich den Enke jetzt angesprochen habe, hier ein Bild des periodischen Kometen Enke, also ein kleiner, gasreicher Körper, der aber schon sehr lange in der Umlaufbahn sich befindet und ein bisschen Staub bei jeder Annäherung an die Sonne absondert. Und das, was Sie hier sehen, diesen Strich, das ist der Staubstreifen, der sogenannte Dust Trail des Kometen Enke, den man unter gewissen Blickwinkeln eigentlich auch gut fotografieren kann. Also das ist eine Staubansammlung in der Kometenbahn. Und der Komet zieht entlang dieser Staubbahn. Das Ganze ist natürlich kontrastverstärkt, um es deutlicher sichtbar zu machen. Und der Komet selbst ist eigentlich die meiste Zeit eher unspektakulär. Ja, wenn man auch noch Statistik macht. Ja, jeder hat so seine Hitparade. Meine ist hier angeführt, also meine Top-Ten-Kometen waren beginnend im Jahr 1975 Komet West. Da komme ich noch drauf zu sprechen. Der Hallesche Komet, hier Kotake, Hale-Bob. Werden sich etliche von Ihnen erinnern können. Weniger bekannt ist der Neat. Auch der MacNouth war fast eigentlich nicht sichtbar, nur am Horizont. Aber vielleicht schon mehr. Wir haben gesehen den Holmes 2007, der diesen gigantischen Helligkeitsausbruch hatte von mehr als zehn Größenklassen innerhalb von drei Tagen. Der Pan-Stars, Lovejoy und der Neo-Weiß im vergangenen Jahr. Das Bild hier, was wir hier sehen, das ist der hier Kotake. Der wird dann von mir nach Neo ausgeführt. Was beobachten die Kometen, beobachten das so im Allgemeinen? Es sind in erster Linie Kometen, die regelmäßig sozusagen wiederkehren. Die sogenannte Jupiter-Familie heißt das. Die Jupiter-Familie heißt das aus dem Grund, weil die Kometen im sonnenfernsten Punkt sozusagen die Jupiter-Bahn ungefähr erreichen, kreuzen. Die haben eine Umlaufzeit von fünf bis elf Jahren. Und sind eigentlich Kometen, die man immer wieder beobachten kann. Also ich habe sicher etliche Jupiter-Familien-Kometen drei, vier, fünf Mal schon in den Wiederkehren fotografiert. Soweit das halt möglich ist, manchmal stehen sie hinter der Sonne, dann ist das natürlich nicht möglich. Und ein typischer Vertreter für diese Jupiter-Familien-Kometen ist dieser 67b Kuriumov-Gerasimenko oder auch Chury genannt. Der war eben 2015, werden sich einige noch erinnern, wurde von der Rosetta-Raumsonde beobachtet. Und hier sieht man einfach, wie so ein Komet zusammengesetzt ist, nämlich aus porösen Oberflächen, also Gestein und einem staubigen Eis in Wahrheit. Die größte, bei diesen Kometen fällt halt auf, hier haben Sie ein Foto von mir, von dem Kometen, das eine winzige Koma hat und einen langen Staubschweif, den er hinterher zieht. Das heißt, das ist ein staubreicher Komet und man sieht auch anhand der Aufnahme von Rosetta, dass da jetzt nicht allzu viel jetzt der Ausgasung stattgefunden hat, sondern diese Ausgasung war vor allem hier in diesem Halsbereich. Dieser Komet besteht aus zwei Körpern, wie man hier sieht, und in der Mitte eine Verbindung. Diese dürften vor 4,5 Milliarden Jahren zusammengestoßen sein. Ja, und hier zwischen diesen zweiten Verbindungen findet dieser Ausgasungsprozess primär statt. Ja, und wie ist er zusammengesetzt? Eben Wasser, das Kohlendioxid, Kohlmonoxid und eben so ein paar rösen Gesteine. Ja, diese periodischen Kometen schauen dann von der Erde aus, fotografiert dann halt recht unterschiedlich aus. Wenn Sie da jetzt hergehen, haben Sie hier verschiedene Vertreter von periodischen Kometen. Und da haben wir den 8P Tatl, den 10P Tempel 2. Das ist dieser Komet, das ist hier der 151P, 21P Chircopinicina und 45P Honda Mercos Bajdus Akova. Also die kehren alle so fünf bis zehn Jahre wieder und kann man regelmäßig beobachten. Und wenn Sie darauf genau schauen, auf diese Fotos, sehen Sie hier eigentlich doch Unterschiede im Erscheinungsbeam. Hier haben wir den Staubreich. Der Chircopinicina hat zwar eine grünliche Gaskoma, aber einen doch relativ auffallenden Staubschweif. Ähnlich staubreich ist dieser Tempel 2. Wir haben hier diesen Task-Trail, der beim Enke wesentlich deutlicher war, auch hier angedeutet. Aber auch er hat im Prinzip genug gasreiches Material auf der Oberfläche und bildet dann diese grünliche Gaskoma. Im Gegensatz zu dem Chirium auf Gerosomenko, der eigentlich nur punktförmig ist und keine grünliche Gaskoma zeigt. Und da haben wir die typischen Vertreter der gasreichen Kometen, diese drei Stück. Und wenn die ganz nah an die Sonne rankommen, so wie der Honda Mercos, dann bilden sie auch einen schönen Ionenschweif. Also hier sieht man anhand dieser periodischen Kometen, wie unterschiedlich Kometen ausschauen. Also die Staubreiche, die Gasreiche und es gibt natürlich auch Mischformen. Was es noch gibt, sind, ich habe sie die Bröselkometen genannt. Also periodische Kometen unterliegen natürlich einem Zerfallsprozess, weil sie relativ häufiger der Sonne nahe kommen. Ist ja beschleunigt, im Gegensatz zu den Kometen, die halt nur alle paar tausend Jahre mal kommen, überleben solche Bröselkometen halt nur ein paar Jahrhunderte oder wenige tausende Jahre, bis sie sich dann komplett aufgelöst haben. Und manche teilen sich einfach, die Kometen, die dann Fragmente zeigen. Und einer der berühmtesten Vertreter wurde von einem Österreicher entdeckt, der Komet 3D-Bieler. Soweit ich mich erinnern kann, war der irgendwo in der K&K-Zeit, sogar beim Militär und hatte Astronomie betrieben. Bitte mich zu korrigieren, falls ich falsch liege, aber es glaube ich war ein Österreicher. Der Komet wurde im 18. Jahrhundert insgesamt und im 19. viermal beobachtet. Dann hat er sich geteilt, sind zwei Kometen sichtbar gewesen und seit eben 1852 so viel schollen. Also der dürfte sich komplett aufgelöst haben. Und ein ähnliches Schicksal erleidet der Komet 73B Schwastmann-Wachmann III. Der hatte auch einen großen Ausbruch 1995, stand allerdings fern der Erde. Man hat da nicht sehr viel gesehen. Auch 1999 stand er fern der Erde. Aber 2006 kam er ganz erdnah. Und da plötzlich hat man dann eine Vielzahl, hunderte Minikometen hinter diesen Kometen entdeckt. Sie haben hier da rechts eine Animation von Hubble Space, wo man hier genau sieht, wie diese Minikometen einfach vom Kometenkern abströmen. Aber es sind nicht nur Minikometen, die sich ablösen. Manche Stücke sind größer. Und in diesem konkreten Fall gab es bei Schwastmann-Wachmann III ein Bruchstück, das genauso hell wurde wie der Hauptkomet. Und Sie sehen hier diese zwei Kometen. Da bin ich damals nach Namibia gereist, um diese zwei Kometen zu fotografieren. Und Sie sehen, dann ist er auch durch die Ekliptik gezischt. Und es hat sich diese Erscheinung dann am Himmel so verändert, dass plötzlich dann diese Staubschweife überlagert waren. Ja, das ist einmal die Bröselkometen. Ja, dann gibt es die Neptun-Familie. Warum Neptun-Familie? Also wir haben gesagt, Jupiter-Familie ist, weil der Komet im Sonnenfernsempunkt bis zur Jupiter-Bahn reicht. Und bei der Neptun-Familie, die haben halt eine längere Umlaufzeit. Die gehen raus bis zum Jupiter und haben im Schnitt eine Umlaufzeit von 70 Jahren. Ein sehr berühmter Vertreter ist der periodische Komet De Vico. Was muss man dazu sagen? Also solche Kometen sieht man wahrscheinlich nur ein einziges Mal im Leben. Es gibt nur ganz wenige Menschen, die wirklich imstande waren, den Halleschen Kometen 1910 und 1985 zu beobachten. Ich habe einmal damals, 1985, bin ich für die Zeitung bei einem sogenannten Heli-Flug mitgeflogen. Rund über Wien war das. Und da war an Bord ein über 90-Jähriger. Der hat eben erzählt, dass er als Kind 1910 den Kometen sah und seine Urenkel haben ihm einen diesen Flug geschenkt, damit er noch einmal den Halleschen Komet sehen kann. Leider war der arme Mann schon sehr blind und hatte große Mühe. Und wir haben ihm dann die sehr helle Venus einfach gezeigt. Und er war sehr glücklich, aber es war der Halleschen Komet. Im Wahrheit nicht wirklich sichtbar, weil der war eigentlich von unseren Breitengraden aus nur so ein Objekt der vierten, fünften Größenklasse. Und ja, also wie gesagt, es ist schon ein Kunststück, den Halleschen Kometen zweimal zu schaffen. Ja, und daher, die Neptun-Familie ist was Besonderes. Ja, also diese Kometen sammelt man gerne auf. Und da habe ich noch ein paar Vertreter, eben den Tevigo, den Tempeltatel, Borsen-Mädkalf. Und sie haben hier ein paar noch angeführt. Der Swift-Tatel, der geht sogar noch weiter raus als die Neptun-Bahn. Der hat über 130 Jahre Umlaufzeit. Und zwei kommen 2024. Also wer Neptun-Familien-Kometen sehen will, kann sich das ja auch schon vormerken. Da kommt der periodische Komet Olbers und 12b Ponsbrox. Wobei Ponsbrox zumindest vierte, fünfte Größenklasse am Abendhimmel sein wird. Olbers wird eher uninteressant. Sie sehen das hier an der Grafik. Den einzigen Kometen, den ich nicht schaffe, ist Herschel-Rigolet. Da müsste ich 140 Jahre alt werden. Das geht sich nicht aus. Aber sonst habe ich diese Neptun-Familien-Komete, die großen Vertreter, bis 2024, so hoffe ich, dann alle beisammen in meinem Bildarchiv. Ja, und es werden natürlich immer wieder neue entdeckt. Also es ist ja nicht so, dass diese Kometen sozusagen nur ein paar gibt, sondern da wurde erst Anfang des Monats, also Ende Februar, ein Komete entdeckt auf den Aufnahmen von Sven. Das Besondere an der Geschichte ist, Sie werden ihm kaum erkennen, wie der entdeckt wurde. Wenn Sie diese Animation hier links unten anschauen, bewegt sich hier ein paar Pixel von rechts nach links, so in diese Richtung. Und das hat ein australischer Amateur hat diese Pixelwanderung interpretiert, dass da ein Komet eigentlich am Himmel wandern muss. Jetzt muss man wissen, das ist eigentlich eine All-Sky-Kamera, die auf einer Weltraumsonde stationiert ist und die alle zehn Minuten Aufnahmen macht und die jeder sich anschauen kann. Und daher sind dann Amateure, die diese Aufnahmen studieren und sagen, da ist was und da ist jetzt ein paar Tage was und aufgrund dieser Pixel hat man dann einmal versucht zu berechnen, wo könnte der Komet ungefähr stehen. Das ist über eine ganze Woche gegangen und dann ist man draufgekommen, also der steht verdammt sonnennah, tief am Abendhimmel bei 25 Grad oder weniger Elongation zur Sonne. Nun, an und für sich bin ich darauf spezialisiert, in diesem Bereich Aufnahmen zu machen und ich war dann auch der Erste, der bestätigen konnte, dass dieser Komet auch wirklich existiert. Sie haben hier aus dem Miner Planet Circular die Veröffentlichung, wo A71 ist meine Station, ich habe am 28. Februar eine erste Beobachtung gemacht habe und auch Kommagröße geschätzt habe. Und also sozusagen, ich habe ja auch astrometrische Beobachtungen gemacht und ja, also man sieht, dieses Objekt ist 10. Größenklasse, 25 Grad Elongation. Eigentlich uninteressant für die Allgemeinheit, aber für Spezialisten und zumindest zur Bahnerfassung recht wichtig, dass man auch dorthin kommt. Und man sieht, warum ist der Komet so schwer sichtbar. Wir haben da die Erde, die Sonne und da hinten den Kometen. Er bleibt die ganze Zeit eigentlich fast hinter der Sonne und wird keine großen Elongationen am Abendhimmel erreichen. Wie hat das alles begonnen? Irgendwo hat jeder seine Geschichte. Bei mir war es in meiner Jugend, eigentlich fast schon noch in meiner Kindheit, der Komet Kohutek war in den Gazetten damals, in dem Jahr 1973, waren viele Zeitungen voll. Beispiel österreichische, internationale, deutsche, dass da ein Megakomet kommt, Jahrtausendkomet. Wir wissen in der Zwischenzeit, dass natürlich oft Jahrtausendkometen angekündigt wurden, die dann keine waren. Auch der Kohutek war keiner. Der hat allerdings im Gegensatz zum Isons sich nicht aufgelöst, sondern der hat auch das BRL geschafft, war aber nicht hell genug, um jetzt von der Stadt Wien aus gesehen werden zu können. Also Kohutek war eigentlich eine Enttäuschung. Trotzdem, das Interesse war mit dieser Geschichte bei mir eigentlich entwickelt. Und ich wollte, ich habe damals auch ein bisschen Peri Rodan gelesen, ja, ein bisschen Science-Fiction und wie es halt so ist als Jugendlicher und wollte mir das dann näher sozusagen anschauen. Und dann stößt man natürlich im Jahr 1973 über den Hermann Mucke. Es geht gar nicht anders. Und das große Glück war, ich habe nur 15 Gehminuten vom Wiener Planetarium damals gewohnt und war dann regelmäßiger Gast dort und habe so dann die ersten Kontakte geknüpft. Und der Hermann Mucke war halt einer, der junge Menschen immer wieder ermuntert hat, zu beobachten. Und das, glaube ich, ist eines seiner großen Verdienste neben, dass er sozusagen Volksbildung gemacht hat. Er hat auch durch persönliche Ansprachen das immer gemacht. Also er war ein bisschen ein Mentor und hat mich ermuntert, einfach Kometen zu beobachten. Und nicht nur Kometen zu beobachten, sondern auch zu dokumentieren, diese ganzen Beobachtungen. Ja, und dann kam mir das Jahr 75 und das war mein erster wirklich großer Komet, der Komet West, angekündigt. War ja eigentlich gar nicht, aber es hat Ephemeriden gegeben und da steht ein Komet am Morgenhimmel. Und am 3. März 1975 habe ich bei meinem Schlafzimmerfenster in der Früh rausgeblickt und sehe am Morgenhimmel, tief am Horizont, einen Hellenstern mit einem steil nach oben gerichteten Hellenschweif. Und war total fassungslos, wie hell ein Komet sein kann. Der war damals so null die Größenklasse und war in der Dämmerung ein eindrucksvolles Objekt. Und die darauffolgenden Tage ist er dann auf den Nachthimmel gewechselt und da konnte man dann also diesen großen Staubfächer wunderschön sehen, der über 20 Grad war. Also ein beeindruckendes Erlebnis und für mich der Ausgangspunkt, dann wirklich sozusagen jetzt tiefer in die Materie einzusteigen. Dokumentation, ich habe es schon erzählt. Hermann Mucke hat mich ermuntert und einige andere natürlich auch, zu dokumentieren. Und ich zeige Ihnen, wie habe ich dokumentiert in den 1980er Jahren und wie schaut das heute aus? Also damals eben nicht fotografiert, sondern 1980 noch visuell mit einem kleinen Jürgen geschaut. Der periodische Komet Stefan Uthermer, 37,7 Jahre Umlaufzeit. Damals dokumentiert worden, so ein kleines Nebelfläckchen, auch gezeichnet worden, dann eben die ganze Beobachtung, wie eine Helligkeitsschätzung versucht und das Ganze noch handschriftlich damals gemacht, gab es noch keinen Computer. Und ich habe zum Glück diese ganzen alten Unterlagen nicht weggeschmissen und es ist ganz schön, wenn man die dann digitalisiert und dann zum gesamten Beobachtungsbuch eines Kometen dazu gibt. Ja und links, 37,7 Jahre später, habe ich ihn dann fotografiert und so schaut er dann wirklich aus. Da war er visuell halt ein kleines Nebelfläckerl. Da sieht man mit einem Schweif eben ungefähr eine ähnliche Erscheinung auch gewesen. Das Peril hat sich nicht so dramatisch verschoben und Sie sehen hier auch meine Eintragungen, wo genau eben Tag, Uhrzeit, Dauer der Belichtung, Instrument und allenfalls auch die Auswertungen ausgewiesen sind. Ja, das sind die Geräte im Laufe von 40 Jahren, aber nur ein Teil. Ich kann Ihnen gar nicht alle zeigen, was ich da so verwendet habe, aber wichtig ist, den Bildschirm links und rechts zu betrachten. Links ist die analoge Zeit, die Zeit, wo wir mit Filmen gearbeitet haben. Filme waren damals, was anderes hat es nicht gegeben. Die digitale Zeitalter hat eigentlich erst mit der Jahrtausendwende begonnen und für manche Amateure, wie für mich, auch sogar danach. Also in erster Linie habe ich in den ersten 20 Jahren eigentlich nur mit Film gearbeitet. Und da mit Schmid-Kameras, Moment, hier mit Schmid-Kameras, das war meine erste. Da bin ich im Jahr 1982 mit dem Zug nach Düsseldorf zu Fernberg gefahren, um diese Schmid-Kamera zu kaufen. Und die war damals, wie so schön, bei den Verkäufern als Sonderangebot. Es hat kaum welche am Markt gegeben und ich war froh, dass ich überhaupt eine bekommen habe. Und Sie sehen, hier ist damals mit den Filmern gearbeitet worden, ein Technical-Bahn. Darunter sehen Sie einen Mann, den Sie kennen, das ist der Franz Glauser. Der Mann hat insofern eine wichtige Rolle über viele Jahre gespielt, weil er diese Filme behandelt hat. Die mussten hypersensibilisiert werden mit einem Wasserstoff-Stickstoff-Gemisch unter Druck, weil sonst da wären sie nicht empfindlich genug gewesen. Obwohl diese Schmid-Kamera eine extreme Lichtstärke von 1 zu 1,5 hatte, hat es nicht ausgereicht, dass man mit diesem Film ohne Behandlung hier fotografiert. Man hätte eine Stunde belichten müssen oder noch länger, dass man wirklich sozusagen durchkommt aufgrund des schwarzen Defektes. Wie gesagt, waren die Aufnahmen dann mit den von Franz behalten, füllen wir dann nach 6, 7 Minuten, waren wir am Himmelsintergrund und konnte man Kometen bis zur 14. Größenklasse mit 300 mm Brennweite dann schon erreichen. Dann kam in den 90er Jahren später eine größere Schmid-Kamera dazu, die ist von Philipp Keller, einem genialen Optik-Designer, selbst gebaut worden. Das ist noch eine von ihm persönlich gemachte Schmid-Kamera. Das ist ein Monster, das wiegt 25 Kilo, hat einen 12-Zoll-Spiegel, eine 10-Zoll-Schmid-Platte, aber hatte das Format für 6x6 cm Filme, also Großformat. Und mit dieser habe ich dann später auch meinen Kometen entdeckt. Ja, Sie sehen auch, was war das Mühsal an der damaligen Zeit. Man musste unbedingt wahnsinnig viel mit Chemie herumpanschen und man musste auch sozusagen im Kofferraum unter der Decke Film wechseln können, die Filme in diese Spule hineingeben, damit das dann in der Filmdose drinnen landet und nicht irgendwas, sozusagen ein Streulicht hineinkommt. Das war eine relativ aufwendige Geschichte im Vergleich zu heute. Heute geht man am Computer und drückt einfach auf Start und die Aufnahme beginnt. Und Sie sehen hier eine digitale Schmid-Kamera, das ist die Schmid-Kamera eben mit Film. Und heute schauen die digitalen Schmid-Kameras so aus. Da geht hier das Kabel zum Computer und dann drückt man auf Start und hat die Aufnahme. Oder hier die CCD-Kamera bei Newton. Das ist hier meine Terrasse in Weißenkirchen. Und das ist hier mein Beobachtungsplatz A71 Stixendorf, eigentlich mitten in der Natur bei einer Scheune, etwa sieben, acht Kilometer von Weißenkirchen entfernt. Ganz so einfach wird es auch nicht sein, wie du jetzt geschildert hast, gell? Nein, das nicht, aber es ist trotzdem viel einfacher und vor allem, also ich möchte nicht mehr die chemischen Zeiten zurückhaben. Also das bin ich froh, dass man alleine schon der Gestank in der Dunkelkamera. Ja, und das ist die Zukunft. Da geht die Reise hin. Ich bin gerade dabei im Waldviertel. Ich weiß nicht, ob man da dieses rechte Feld sieht, aber hier habe ich eine Streulichtkarte von Österreich mitgebracht. Die blauen Zonen sind die dunklen Gebiete hier in Österreich. Und hier im Waldviertel in Martinsberg befinde ich mich in einer dieser blauen Zonen. Und zwar in unmittelbarer Nähe zur Feuerkugelstation des Astronomischen Vereins, die sieht man hier, werde ich hier auf diesem Platz meine kleine Sternwarte, so wird sie ausschauen, errichten. Und da kommt dann ein 16 Zoll Astrograph rein und der wird dann direkt daneben, neben der Orion-Sternwarte in Martinsberg stehen. Und Sie sehen hier, das Geniale an dem Platz ist, es gibt eigentlich hier rundherum kaum eine Sichteinschränkung. Und gerade bei Kometenbeobachtungen ist das irrsinnig wichtig, dass man relativ gute Horizontsicht hat. Und wenn ich vielleicht ein Glück habe und Kometen suchen möchte, habe ich dort, glaube ich, den geeigneten Platz. So, dann gehen wir jetzt in den Rückblick, die wichtigsten Kometen da in diesen 40 Jahren. Und das Wichtigste war sozusagen in den 1980er Jahren der Hallesche Komet, da ist ja gar nichts darüber gegangen. Da waren alle in Wahrheit astronomischen Zeitschriften voll. Es waren auch die Zeitungen dann in irgendeiner Form, haben sich mit dem Thema beschäftigt. Und die ganze astronomische Community war eigentlich auf das Thema eigentlich total ausgerichtet. Der kommt halt nur alle 76 Jahre. Und um diesen Kometen zu beobachten, war ich schon zum Glück eingeschossen. Also ich hatte damals schon drei Jahre Erfahrung gehabt mit der Schmitt-Kamera. Und konnte dann wirklich schöne Aufnahmen von dem Halleschen Kometen machen. Alle in Schwarz-Weiß und ein paar Farbaufnahmen dazu. Jetzt sehen Sie hier ein paar Farbaufnahmen. Das sind keine originalen Farbaufnahmen von damals, sondern die Zusammensetzung, ein Komposit aus einer Schwarz-Weiß-Aufnahme von damals und einer Farbaufnahme von damals. Also das sogenannte LRGB-Farben, das man digital macht, kann man im Prinzip auch mit den alten Filmaufnahmen simulieren. Und dann bekommt man auch ein schönes, kontrastreiches Farbbild. Weil die Farbfilme damals waren relativ grobkörnig. Das heißt, sie hatten keine Auflösung, hatten keine besondere Tiefe. Aber sie hatten zumindest die Farbinformation. Und das ist das Wichtigste dabei. Und da sehen wir eigentlich eine meiner Lieblingsaufnahmen vom 10. Jänner 1986. Das war der berühmte Schweifabriss. Und da habe ich zum Glück vier Aufnahmen gehabt. Die habe ich sogar animiert. Und da sieht man eben schön auch die Wanderung dieses Schweifabrisses. Gut, die Farbbilder entstanden eben Jahrzehnte später digital. Und im Wahrheit, diese drei Farbbilder sind im Wahrheit, in Teneriffa sind die Aufnahmen gemacht worden. Nach Teneriffa, nach Namibia, nach Australien sind eine Hundertschaft, hunderte Amateurastronomen gereist, um den Halleschen Kometen zu sehen. Nämlich im Maximum im März und April war er nur südlich des Äquators gut sichtbar. Und man muss auch sagen, die Zeit war eine damals eine andere. Die Amateure und die Berufsastronomen waren relativ nahe, waren eng zu diesem Zeitpunkt. Es war sogar dringender Wünsch, dass Amateure hier mitbeobachten beim Halleschen Kometen. Und da gab es eben von den Berufsastronomen den Aufruf, an der International Helly Watch teilzunehmen. Und da kam am Ende ein ganz dicker, tausend Seiten umfassender Bildatlas am Ende heraus. Und als Amateur war man natürlich irrsinnig stolz und total ambitioniert, da mitzumachen. Und Sie sehen also, diese Aufnahmen sind in diesen Hally Watch Atlas. Das sind meine Aufnahmen. Ich habe zum Beispiel die letzte Aufnahme vor dem Peril, ist mir gelungen, da in der Dämmerung. Da ist ein kleines Pünktchen, das sieht man da nicht. Das sind die Teneriffa-Aufnahmen und das ist diese mit dem Schweifer-Präs. Dann hat man eben diese Urkunde bekommen. Und links hat man eine Liste der Observatorien, die da mitgemacht haben bei der Hally Watch. Da sieht man Paloma, Mauna Kea, man sieht einen David Levy, man sieht den Michael Jäger, man sieht aber auch den Rudi Konrad aus Wien. Also eine wirklich bunte Mischung, die damals sozusagen möglich war. Und es hat dann auch eine ganze Vielzahl an Veranstaltungen gegeben, internationale Kongresse, wo Berufsastronomen und Hobbyastronomen zusammengekommen sind, um über die Ergebnisse damals zu berichten. Also eine hat in Belgien stattgefunden, dann gab es wieder so Papers, die haben wieder sich nur zum Beispiel auf diesen Gegenschweif des Hallyschen Kometen spezialisiert. Da bin ich auch drinnen erwähnt. Aber es hat auch damals den Anruf von Berufsastronomen gegeben und zu sagen, kannst du nicht bitte deine Aufnahmen vom Kometen zu Tempel 2 schicken? Wir machen da gerade eine Auswertung von diesen Kometen und hätten das gerne mit aufgenommen. Und dann kommt man halt in einem Paper von einem Berufsastronomen vor. War damals möglich, findet heute so nicht mehr statt. Kurzer Blick auf die Kometen der ersten zehn Jahre. Ich mache es einfach im Schnelldurchlauf. Ich glaube, das interessiert sonst niemanden, wenn man da jetzt die ganze Phase der Erscheinung dann noch einmal wiederkaut. Aber das war Ira Saraki Alcock, 1983. Der war freisichtig, zweite Größenklasse, Koma, zwei bis drei Grad. Der ist ganz nah an der Erde vorbeigezogen, ein Minikomet. Und da konnte man zuschauen in der Nacht, wie der über den Himmel zog. 10, 20 Grad in einer Nacht war recht beeindruckend, dass man eine Wolke ziehen sieht, die keine Wolke ist, sondern ein Komet. Dann hier haben wir den Asset Brewington 1989, den Austin 84, den Bradfield 1987, den Kometen Lila 1987 und den Okasake Leverudenko 1989. All diese Kometen waren so knapp an der Freisichtigkeit oder freisichtig. Also Hela ist sechste Größenklasse. Und man muss wissen, zur damaligen Zeit hat es eigentlich kaum Fotos gegeben von Kometen. Du hast das kaum in Büchern gefunden, kaum in Zeitschriften. Und für mich war das ein totaler Lernprozess. Mit jeder neuen Kometenaufnahme habe ich eigentlich dazugelernt, wie kann ein Komet ausschauen, wie kann er sich verändern. Das ist zwar dort und da beschrieben worden in den Büchern, aber war eigentlich sozusagen von der Literatur her, also das Bildmaterial, fast nicht vorhanden. Der Wechsel von den 80ern zu den 90er Jahren war auch geprägt. Um das Jahr 1990 gab es mehrere Helikometen. Da war der Komet Austin im April 1990. 1992 war der Swift-Duddle bekannt als der Persiidenkomet. Oder Komet Levy 1990. Levy war zu dem Zeitpunkt noch nicht Berufsastronom, sondern noch Hobbyastronom und ist erst danach dann zu den Profis gewechselt. Aber die waren im Prinzip alle so knapp mit freiem Auge sichtbar. Aber nicht besonders eindrucksvoll, aber fotografisch schon. Dann kam das wirkliche Jahrzehnt. Das war also ein absolutes Highlight für alle Kometenbeobachter die 90er Jahre mit den zwei wirklichen Jahrhundertkometen. Warum? Jahrhundertkometen. Bei dem Hiakutake sieht man es anhand dieser Aufnahme vielleicht. Das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen. Das ist der große Wagen. Sie sehen hier eine Aufnahme mit 50 Millimeter und den Hiakutake, wie der hoch am Himmel gestanden ist. Sie haben hier die Bahn. Der ist nämlich ganz schnell an der Erde vorbeigezogen. 0,1 Astronomische Einheit. War aber insgesamt ein großer, ein hellerer Komet und dadurch extrem ein auffallendes Objekt. Und Sie sehen hier, er ist innerhalb von einer Woche vom Botes rübergezogen Richtung Cassiopeia und Persoes. Und man konnte auch beim Hiakutake zuschauen, wie der gezogen ist und hatte einen 60, 70 Grad langen Schweif, wer unter dunklem Himmel das beobachtet hat. Und die Spiralen, das ist so über die Jahre, sozusagen die Bahn des Kometen, wie sich der so im Laufe von 20, 30 Jahren langsam angenähert hat. Das ist die scheinbare Bahn am Himmel des Kometen gewesen, die man hier sieht. Dankeschön. Und das geht dann so und dann nach dem BRL zieht er sich in der Spiralenform scheinbar wiederum zurück zu diesem Punkt. Und hier wird er vielleicht in ein paar 10.000 Jahren dann wieder mal langsam sich der Sonne nähern. Das werden wir natürlich nicht erleben. Aber was ich da noch zeigen wollte bei der Grafik, ist diesen Peak. Dieser Peak ist die Erdernäherung. Das heißt, der Komet hatte keinen Helligkeitsausbruch, sondern einfach war nur für wenige Tage, für eine Woche extrem hell. Nämlich heller als 0. Größenklasse. Ich mache das eben insofern aufmerksam, wenn wir dann bei Hellpop den Unterschied sehen werden. Also er war eine Woche vielleicht heller als 0. Größenklasse und ist dann sehr rasch von der Erde wieder abgezogen, Richtung Sonne gewandert und dann auf ein Niveau von 2. oder 3. Größenklasse hat er sich eingebendelt. Und der grüne Strich ist das Peri-Held. Ja, die schönsten Aufnahmen von hier, Kotake, sind die da, eben vom 25. März. Und da sieht man eben nach zwei Stunden auch, wie sich der Komet verändert hat. Da waren diese Strahlen noch nicht. Und man sieht diesen Schweifabriss, wie sich auch der sozusagen verändert hat. Also das konnte man gut dokumentieren, weil der Komet so erdnah stand. Meistens hat man ja nicht dieses Glück und dadurch war es auch möglich, mit einer kleinen Schmiedkamera mit 300 mm Brennweite, der hat eindrucksvolle Aufnahmen zu gewinnen. Und wie gesagt, ist er dann rasch abgezogen und mit demselben Gerät etwa zehn Tage später war er viel kleiner schon wieder. Ja, und in Schwarz-Weiß hat das dann so ausgesehen, ebenfalls die Aufnahmen vor dem PRL vom 15. bis zum 28. April. Auch hier sieht man, dass sich der Komet sehr rasch Tag für Tag verändert hat. Und eigentlich ewig schade, dass solche Kometen man nur einmal im Leben zu Gesicht bekommt. Also da braucht man ein großes Glück, dass da noch einmal so einer daherkommt. Hell-Pop gilt das ähnlich, aber der ist noch mehr ein Jahrhundertkomet und zwar aus folgendem Grund. Wenn Sie hier schauen, bei der rechten Grafik unten, die nullte Größenklasse, heller als nullte Größenklasse. Der war nicht eine Woche heller, sondern der war über eine lange Zeitspanne heller. Er war nämlich für zwei, drei Monate heller als nullte Größenklasse. Und den haben damals viele gesehen. Auch Leute, die sich mit dem Thema Kometen nicht beschäftigt haben, sind dann irgendwann einmal darauf gestoßen, da steht ein Objekt, das schaut nicht aus wie ein Stern und schaut ungewöhnlich aus. Und man sieht es halt mit den damaligen 50 Millimeter und Farbfilmern schon eindrucksvoll, sogar Strukturen, das wäre sonst völlig unmöglich, mit den damaligen Mitteln sowas mit 50 Millimeter darzustellen. Ja, das ist eben keine Komposition, das ist von Original-Farbaufnahmen raus gemacht worden. Und dann mit der Schmidkammer, wenn man drauf geschaut hat, eben der Kometa Superlative, eigentlich ein Komet mit vielen, vielen Strahlen. Sie haben aber nicht nur diese Strahlen im Ionenschweif, sondern sie haben auch diese Staubstrahlen. Das passiert dann, wenn Staubkörner unterschiedlicher Größe sich zu bestimmten Zeitpunkten ablösen, dann entwickelt ein Staubschweich auch solche Staubstreifen drinnen. Und die wurden natürlich untersucht. Ich wurde damals auch von den Berufsastronomen mitgenommen. Die haben damals meine Aufnahmen zur Auswertung mitgenommen. Und da ist man dann eben draufgekommen, dass 40 bis 60 Tage vor dem Peril diese Staubstreifen abgestoßen wurden. Ja, wer suche, der findet. Es ist schon erwähnt worden, ich habe ein paar Kometen entdeckt. Nicht nur eine, sondern mehrere Kometen entdeckt. Und der erste, den ich entdeckt habe, war der Machuls II, dieses Fragment hier. Also ein Bröselkomet. Der Unterschied, das meiner Planet Center macht zwischen einem Kometen und einem Fragment den Unterschied, dass das Fragment eigentlich nur einen Buchstaben bekommt und nicht sozusagen eine eigene Bezeichnung. Und es gibt auch keine Namensgebung für ein entdecktes Fragment. Sondern du wirst dann als Entdecker angeführt, aber du bist im Prinzip, heißt der Komet Machuls II, das Hauptobjekt heißt A und diese Bruchstöche B, C, D, E und so weiter und so fort. Aber es war insofern ein bemerkenswerter Komet und es hat damals der Kometenguru, schlechthin Steinex Ecanina, ein großes Paper gemacht über diese Entdeckung der Fragmente und auch Berechnungen angestellt, wann haben sich die abgelöst und so weiter und so fort. Ich selbst habe die Entdeckung gemacht im Zuge von einer Justierarbeit mit meiner Schmidkammer. Ich habe damals in Berchtolzdorf, also direkt an der Wiener Stadtgrenze gelebt und von einem Balkon aus bei hellem Mondlicht diesen Kometen fotografiert und immer wieder meine Schmidkammer justiert zwischendurch und habe so in der Nacht 15 Aufnahmen daher gehabt. Und beim Absuchen dieser Aufnahmen habe ich dieses schwache Fleckerl gesehen und zuerst dachte ich, das ist eigentlich ein Kornrauscher und dann habe ich gesehen, das wandert eigentlich. Und so kam es dazu, dass ich jetzt da gestanden bin und gesagt habe, meine Güte, da ist irgendwas, was mache ich jetzt damit? Damals gab es kein Internet, es gab keinen Computer. In Österreich gab es auch niemanden, der sich jetzt mit der Frage beschäftigt hat, was ist, wenn ein Amateur was findet? Und ich war damals aber in Kontakt schon aus den 80er Jahren heraus mit deutschen Hobbyastronomen, die sich sehr intensiv mit der Materie beschäftigten und die auch den Kontakt zu meiner Planet Center hatten. Und der eine Freund, Hartwig Lüten, sitzt in Hamburg und den habe ich einfach angerufen und habe gesagt, hey Hartwig, kannst du mir helfen? Ich habe da jetzt ein paar Positionen ermittelt, da gibt es einen Kometen. Sagt er, ich rufe in Amerika an und hat das damals den Amerikanern telefonisch durchgegeben, hat die erreicht. Nein, er hat sie nicht erreicht, sondern er hat ihnen dieses Zirkular geschickt. Und die haben aber reagiert und nur die Berufsastronomen haben dann das zurückgemailt oder zurückgeschrieben, die haben nicht geglaubt, dass das echt ist. Also die haben gesagt, wir schauen jetzt nicht wertvolle Beobachtungszeit von Paloma nach diesem Objekt, was da einer in Österreich sich einbildet, gesehen zu haben. Das glauben wir nicht, dass der recht ist. Es hat sich dann aber sehr bald herausgestellt, dass das tatsächlich existiert und ich bin dann als der Entdecker dieses einen Fragments und als Co-Entdecker von zwei weiteren Fragmenten dann auch angeführt worden. Und 1999 war dieses eine Hauptfragment noch immer sichtbar. Also wie man sieht, Fragmenten lösen sich nicht sofort auf. Manche halten ein paar Umlaufzeiten durch. Und jetzt wiederholt sich die Geschichte bei diesem Machholz II. Wir schreiben das Jahr 2020. Und schon wieder habe ich ein Fragment entdeckt als erster. Sie sehen es hier oben. Da ist die Meldung dazu. Dieses Fragment ist vor fünf Jahren, hat sich von dem Kometen abgespaltet. Und ja, ich bin der Entdecker. Wie gesagt, das hat jetzt an Buchstaben I. Das meiner Planet Zirkular hat im Gegensatz zu damals bis jetzt noch gar nicht reagiert. Da gibt es kein Zirkular. Ich habe die schon ein paar Mal angeschrieben. Die haben immer gesagt, da kommt was, aber es kommt nichts. Also sei es drum. Und das Witzige an der Geschichte ist, dieses Objekt, das ich hier damals gefunden habe, 1994, existiert noch immer. Das ist dieses hier. Also das ist das neue Fragment. Das ist der Hauptkomete, der ist da rechts hinten. Und das ist das alte Fragment aus dem Jahr 1994, das noch immer da ist. Also eine spannende Geschichte, wie man auch als Amateur heutzutage noch was entdecken kann. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsgeschichte. Natürlich klar, der 290p Jäger. Das war damals für mich sozusagen mein totaler Höhepunkt in meiner Kometenlaufbahn. Ich habe damals mit der großen Schmidt-Kamera einen periodischen Kometen überwacht. Und das war ein Objekt der 12. Größenklasse. Und eben am 23. Oktober 1998 war da ein zweiter Komet drauf. Der hat genauso ausgeschaut wie der andere. Und damals habe ich auch im Prinzip das Problem gehabt, wie melde ich es jetzt Amerika? Es gab noch immer keinen Computer. Und ich habe wiederum in Deutschland angerufen. Das war dann der Jost Jan, ein anderer deutscher Kollege, der dann diese Beobachtungen vermittelt hat. Und es kam dann tatsächlich das Zirkular, dass diese Beobachtung bestätigt wurde. Und ich als Entdecker dann hervorgegangen bin. Und obwohl das Objekt 12. Größenklasse hatte und der Linear der Sky-Survey auch schon aktiv war, hatte ich das große Glück, das noch zu finden, bevor eigentlich die Big Surveys eigentlich jetzt derart helle Objekte dann vorher gefunden haben. Und Sie sehen, da hat es in meiner eigenen Zeitung einen Artikel gegeben. Und Sie sehen aber auch jetzt kurz da ein paar Bahndaten. Der Komet war im Jahr 1970, hat der Beryl bei 8,4 astronomische Einheiten. Also irgendwo bei der Saturnbahn. Und ist dann ganz nahe an den Saturn reingekommen und ins Sonneninnere gestört worden. Und hat er eben Beryl 1999 bei 2,13 astronomische Einheiten. Also zwischen der Mars und der Jupiterbahn. Und da bleibt er jetzt da auch einmal für längere Zeit. Auch wenn sich das Beryl hier haben, sind Beryl 2029 im 23. Juli, wird es dann bei 2,3 AE sein. Ja, zurück noch zu der Entdeckung, was es heute nicht gibt, aber damals schon gegeben hat. Da hast du dann auch Geld bekommen. Also hier vom Smithsonian Astrophysical Observatory habe ich hier den Brief. 3.000 Dollar hat man die geschickt für die Entdeckung dieses Kometen. Das war der sogenannte Edgar Wilson Award. Das war ein reicher Amerikaner. Der hat eine Stiftung gemacht für Amateurkometenentdeckungen. Das ist dann über 15 Jahre das Geld ausgeschüttet worden. Dann hat es einen ziemlichen Crash gegeben in meiner Planet Center. Die alte Partie wurde abgelöst und jetzt gibt es das nicht mehr halt. Ja, es hat dann gegeben auch eine Ehrung der Vereinigung der Sternfreunde. Ich war der erste Preisträger der VDS-Meteile, weil ich den Kometen entdeckt habe. Und ein lieber Freund, Sebastian Hönig, der dann selbst Kometenbeobachter war, hat nach mir einen Kleinplaneten benannt. Der Hönig hatte ein paar hundert Kleinplaneten im Internet entdeckt, anhand von Aufnahmen von Paloma und Co. Und hatte das Vorschlagsrecht, Kleinplanetenbenennungen vorzuschlagen. Und so gibt es jetzt den Kleinplaneten 78, 93 Michael Jäger. Also ich wollte Ihnen nur zeigen, das sind die Folgen einer Kometenentdeckung in der Zeit der 90er Jahre. Heute würde das Ganze viel unspektakulärer ablaufen als damals. Höhepunkt war auch das Treffen der Kometenentdecker. Auch das findet heute nicht mehr statt. Da hat man in Cambridge einen großen Workshop von meiner Planet Center einberufen und hat weltweit Kometenentdecker angeschrieben. Kommt doch nach Cambridge. Wir machen ein Gruppenfoto. Und das schaut dann so aus. Da hat man eine Mischung aus Berufs- und Hobbyastronomen. Den David Sargent, das ist ein Australier oder ein Seeländer. Don Machels ist vielleicht ein Begriff, ein Amerikaner. Patrick Stonehouse, der hat einen Kometenentdeck. Key Street, dieser Berufsastronom, hat einen Kometenentdeck. Das ist Alan Hale, der von Hale-Pop. Dieser Mann, Doug Pisecker, der hat keine Kometenentdeckt im ursprünglichen Sinn, aber der war für Soho damals zuständig. Also der hat im Internet die ganzen Kometen entdeckt. Und das ist der George Alcock. Der Mann war schon im hohen Alter. Der hat mit einem Militärklass, einem britischen Militärklass, der war beim Militär, den Himmel abgesucht und fünf Kometen immerhin entdeckt mit einem großen Feldstecher, wo man in den 40er-Jahren eigentlich auf Flugzeuge Ausschau gehalten hat. Auch bemerkenswerte Geschichte. Takamitsawa, ein Russe, eigentlich ein Ukrainer-Kernis. Also eine recht einmalige Geschichte. Und es ist ganz lustig, dass man so ein Foto, so ein Foto, das hat es vorher nicht gegeben und nachher auch nie wieder. So, damit kommen wir jetzt zu dem wichtigen Teil. Kann man eigentlich Kometen heute noch entdecken? Jain, als Amateur kaum. Ich habe Ihnen mitgebracht hier diese Grafik. Das ist der gesamte Himmel, den Sie hier sehen. Und die Big Surveys, also die Panstars, Linear, Catalinas und Co., die alle recht tief in kurzer Zeit belichten können, haben in fünf Tagen diesen Himmelsteil abgegrast. Sie sehen hier die Ekliptik. Die Sonne steht hier. Also da gibt es Schwarz. Alles, was schwarz ist, da haben Sie nicht hingeschaut in den fünf Tagen. Aber da, Mitternachtspunkt, sehen Sie, ist eine Vielzahl an Aufnahmen gemacht worden. Tiefe jenseits der 20. Größenklasse. Da in den Außenzonen sind die Aufnahmen nur bis zur 18. Größenklasse. Da macht auch Paloma jetzt seit Neuestem wieder mit. Oder auch ein relativ kleines Teleskop, der Atlas. Das ist nur eine 50 Zentimeter Öffnung. Aber diese Big Surveys grasen sozusagen den Himmel Stück für Stück ab. Und Sie sehen, das geht rauf bis an den Pol. Also es bleiben eigentlich nur die Lücken hierüber für die Amateure. Also wer was suchen will, müsste in diesen Gebieten suchen. Da sieht man allerdings bei geringen Elongationsgraden wird man nicht viele Felder machen können vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang. Daher steigen die Profis schon ein bisschen von der Sonne entfernt ein. So bei 40 Grad Elongation. Also da braucht man schon großes Glück, dass man überhaupt eine Chance hat, was vorher zu finden. Weil da haben wir hier ein Bild von Panstas. Das läuft alles vollautomatisch ab. Und die paar Amateure, so wie der Herr Borisov. Das ist eigentlich ein russischer Amateurastronom unter Anführungszeichen, der in Wahrheit Techniker bei einer Berufssternwarte ist. Techniker und Optiker bei einer Berufssternwarte ist. Und sich diese Teleskope selbst baut. Mit 70 Zentimeter Öffnung. Ja, diese Menschen entdecken Kometen. Er hat den zweiten extrasolaren Kometen Borisov vor eineinhalb Jahren entdeckt. Schöne Entdeckung. Also Sie sehen, es gibt kaum noch Amateurentdeckungen. Zwei, drei finden vielleicht noch im Jahr statt. Und wenn, dann sind es so Exoten wie Borisov. Also man tut sich dann schon wirklich schwer. Ja, und man braucht großes Glück, dass man da was findet. Es geht. Aber es gibt Alternativen. Sie können auch vom Wohnzimmer aus Kometen entdecken. Also ich habe es schon vorhin erzählt, der Soho-Komet, der Sonnensatellit Soho, macht alle zehn Minuten Aufnahmen. Und diese Fotos kann man eigentlich im Internet abrufen und kann man absuchen, ob da ein neuer Komet daherkommt. Und von den mehr als 4000 Soho-Kometen ist sicher 80, 90 Prozent von Amateuren entdeckt worden. Da gibt es eine Gruppe von ein Dutzend Spezialisten, die nichts anderes als den ganzen Tag machen, als sich Soho-Bilder anzuschauen, um dann diese kleinen Dinger, die bis zur Sonne kommen und dann sich auflösen, zu dokumentieren. Und die gelten dann halt als Entdecker, werden aber nicht nach den Entdeckern benannt, sondern heißen Soho 4001, 4003, 4003 und so weiter und so fort. Weil alles, was sozusagen mit einer Weltraumsonde aufgenommen wurde, also einer NASA-Weltraumsonde, gilt dann sozusagen bei der Namensgebung die Weltraumsonde als Entdecker. Wenn Sie was finden, wichtig, diese Adresse, dort müssen Sie Ihre Beobachtungen hinschicken. Da ist auch eine ganz genaue Routine verlangt und ein genauer Ablauf verlangt. Wie Sie das tun müssen, müssen Sie vorher lesen. Dann kommen Sie da aufgelistet bei den professorischen Kometenobjekten, werden Sie hier angeführt. Also P ist zum Beispiel ein Panstas, A ist ein Atlas und wenn er C ist, ist er ein Catalina. Und wenn Sie was entdecken, können Sie natürlich auch Max Mustermann mit M, was sich in irgendwelchen Bezeichnungen, das dorthin schicken und dann werden Sie vielleicht auf dieser Seite gelistet. Also theoretisch ist es möglich, es ist den Amateuren nicht verwehrt, hier mitzumachen. Man muss sich aber damit schon sehr intensiv beschäftigen, damit man eine Chance hat. So, ein Schnelldurchlauf 2000 bis 2010 waren auch ein paar wirklich wunderschöne Kometen. Ikea Zank, der hat eine Umlaufzeit von 150 Jahren, 170 Jahren. Erlebt man auch nur einmal, wunderschöner Komet, vierte Größenklasse, dritte, vierte Größenklasse, wunderschön zu sehen im Jahr 2002. Dann ganz wichtig, 17p Holmes, der den großen Ausbruch hatte, das hatte ich schon vorher erwähnt. Und was wir hier sehen, ist diese schöne Kaulquappe. Hier hat er einen Gasausbruch, hier haben Sie Staubfontänen und da haben Sie eine gründliche Gaskoma. Da ist sozusagen auf der Oberfläche, er hat es eine Mega-Explosion gegeben. Und der Komet war plötzlich zweite Größenklasse hell und ist dann über Monate am Himmel gut sichtbar gewesen. Dieser da war fast für die Allgemeinen unsichtbar. Der McNaught war der hellste Komete, er ist bis minus 10 der Größenklasse hell geworden, allerdings direkt nur an der Sonne. Und von unseren Breiten ist er nie wirklich im hellen Stadium größer als 10 Grad oder 11 Grad Relongation von der Sonne entfernt gestanden. Und ich konnte ihn drei Nächte mit freiem Auge sehen und einmal, nämlich am 10. Jänner 2007, einmal wirklich eindrucksvoll sogar mit einem Grad Schweif in der ganz hellen Dämmerung. Auch ein ganz besonderes Ereignis, das mir immer in Erinnerung bleiben wird. Ganz wichtig in den 2000er Jahren, wir haben uns als Amateure natürlich nicht nur jetzt vernetzt international, sondern wir sind auch auf Reisen gegangen. Und der Gerald Rehman und ich waren eigentlich über viele, eigentlich Jahrzehnte, muss man nur sagen, in einer engen Kooperation bis zum heutigen Tag, tauschen wir uns aus. Und sind damals auch gemeinsam nach Namibia gefahren. Und der Gerald ist öfters schon dort gewesen. Ich war insgesamt fünfmal dort, Kometen beobachten. Warum dorthin? Naja, der Himmel ist dort genial, auf 14, 15, 1800 Meter Seehöhe. Die hellste Stadt dort in Namibia, das ist ein Land so groß wie Deutschland, ist Windhoek. Das ist so 200, 300 Kilometer entfernt von diesen Beobachtungsstationen. Und die Stadt ist nicht größer als Graz, also die macht nicht so viel Streulicht. Man hat dort wirklich einen mega dunklen Himmel. Und viele Kometen sind auch nur von der Südhemisphäre sichtbar und nicht von unseren Breitengraden aus. Und wie man hier sieht, da ist die Farm Tivoli mit 50 Millimeter. Damals bei diesen Kometen im Jahr 2015 war das am 18. Juli. Gab es diese schöne Konstellation, Komet, Mond, Jupiter, Venus. Und da rechts oben ist der Regulus, einmalige Konstellation. Schön zum Fotografieren. Und für solche Aufnahmen bin ich nach Namibia gefahren. Nicht nur, aber das war quasi das Highlight für mich. Und der Gerald hatte auch eine Vielzahl an Kometen alleine fotografiert oder gemeinsam, wie wir waren. Und haben wirklich eine schöne Ausbeute dort an Deep Sky und Kometenfotos gemacht. Total eine spannende und immer eine Reise wert, dort hinzufahren. 2010, 2020, wir sind schon bei der fast Gegenwart. Damit wir es jetzt nicht über Gebühr machen. Da gab es einen, der extrem staubreich ist. Also Sie haben jetzt gesehen, viele gasreiche Kometen, die spektakuläre Jonenschweife zeigen. Der hatte einen spektakulären Staubschweif. Panstas 2011 L4 im Jahr 2013. Und ich will eigentlich nur so viel zeigen, dass sich so ein Staubschweif perspektivisch verändert, wenn die Erde durch diese Kometenbahnebene zieht. Zuerst sieht man so von der Seite auf den Kometen. Da haben wir hier einen breit aufgefächerten Staubfächer. Und je näher die Erde sich dieser Kometenbahn annähert, umso schmäler wird der. Und dann sieht man auch teilweise, weil Staubschweife gekrömt sind, auch einen Gegenschweif. Also da ist das, glaube ich, ganz gut dokumentiert. Und auch der hat ein paar Staubstreifen gezeigt. Und auch einen Natriumschweif, etwas, was eigentlich nur bei ganz sonnennahen Kometen vorkommt. Das ist der Natriumschweif des Kometenpanzas gewesen. Und jetzt der Kontrast von den Staubreichen zu den Gasreichen. Da haben wir die Love Choice 2013, 2014 waren die bemerkenswert vierte, fünfte Größenklasse. Die sind also besonders schön, weil die im Sonnenwind tanzen. Also wenn man ein Glück hat und eine lange Belichtungsserie macht, kann man halt den Jonenschweif tanzen sehen. Sie sehen hier unterschiedlich die Wellenform, die halt einfach bei solche gasreiche Kometen relativ häufig vorkommen. Auch bei dem anderen Love Choice, beim 2014 Q2, war das so. Und da gab es eben diese schöne Animation, wo man einfach die Bewegung eines Jonenschweifs sehen kann, wenn man ungefähr eine Stunde lang belichtet mit Blaufilter. Jonenschweife sind besonders intensiv im Blauen. Und da kann man eigentlich sozusagen den Kontrast noch steigern und raten natürlich allen, die mit CCD oder CMOS-Kameras so einen gasreichen Kometen fotografieren, auch einmal den Blaufilter einzusetzen. Da können sie schon was erreichen. Ja, der an der Sonne gescheiterte muss sein im Rückblick. Ison als Jahrhundertkomet angekündigt, war es aber dann nicht. Sie sehen hier, da war er noch hell. Da gibt es diese Spikes rechts und links, die immer weniger werden. Das war ein schlechtes Zeichen. Dann kam er hinter der Sonne hervor als Staubwolke, die sich rasch aufgelöst hat. Und nach dem Beryl war er am Nachthimmel nicht mehr sichtbar. Diese Aufnahme ist noch bei 20 Grad Elongation kurz vor dem Beryl aufgenommen. Da war er noch hochaktiv. Aber wie gesagt, der Komet war nicht groß genug und hatte ein ganz geringes Beryl von 0,05 oder 7 astronomische Einheiten. Das war zu knapp an der Sonne und zeigt uns eigentlich schön auch den Zerfallsprozess bei den Kometen. Ich komme schon zum letzten Kometen, den ich Ihnen zeigen möchte. Das ist der Neowise. An den können Sie sich alle noch erinnern. Der war eigentlich in Überraschung. Er war nicht angekündigt. Er ist eigentlich drei Monate vor dem Beryl entdeckt worden. Was sagt uns das Ganze? Kometen sind nicht planbar. Im Wahrheit, sie können überraschend auftreten und auch in relativ kurzer Zeitspanne sehr hell werden. Und hier haben wir eine Aufnahme mit 100 mm Brennweite. Scheinweite als Animation. Also im Laufe von zwei Stunden sieht man, wie der Horizont da wandert. Da ist der Komet tief am Nordhorizont gestanden. Sie sehen auch hier noch kurz eingeblendet die maximale Helligkeit. Ein bisschen heller als 0. Erste Größenklasse 0,5 hatte er. Aber war dann doch immerhin 14 Tage, glaube ich, recht schön hell zu sehen. Da ist eine Aufnahme vom Gerl. So waren da gemeinsam am Jahrling. So hat das genau ausgeschaut mit freien Auge. Da sind unsere Geräte aufgebaut. Und da hat man eigentlich eher kurze Brennweiten benötigt. Wie man sieht, da haben wir den großen Wagen. Da den Kasten des großen Wagen. Damit man auch den Vergleich hat. Aber er hat natürlich, wenn man jetzt sich den Hiyokotake noch kurz vergegenwärtigt, der so einen Schweif hatte. Und der Neoweiß, war der Neoweiß zwar hell, spektakulär. Aber gegen den Hiyokotake, der war ein Jahrhundertkomet. Der Neoweiß war ein wirklich heller Komet. Aber meiner Meinung nach kann man den nicht als Jahrhundertkomet zählen. Auch wenn mit stehender Kamera solche Aufnahmen möglich waren. Die habe ich in Martinsberg gemacht. Da habe ich schon ein bisschen vorgeschnuppert auf die Zukunft und den Platz mir angeschaut. Da ist es sehr finster. Oder man sieht auch hier bei dem Neoweiß, nur mit 280 mm Brennweite, also mit einem Teleobjektiv, war es möglich, diesen Drift im Ionenschweif schön filmisch darzustellen. Ebenfalls mit Blaufilter fotografiert. Das sind meine schönsten Farbauaufnahmen. 10. bis 13. Juli. Da war der Komet wirklich gerade am Nachthimmel und noch hochaktiv. Auch hier haben wir wieder die Staubstreifen drinnen, die wirklich nur bei den hellen Kometen eigentlich es zu sehen gibt. Und wenn man mit dem Blaufilter dann draufgegangen ist, ist dieser Ionenschweif dann noch deutlicher gekommen. Sie sehen hier von einem Tag auf den anderen, wie dieser Ionenschweif hier die Lücken bekommt. Hier war noch ein großer Knoten. Und das strömt dann relativ ab. Und man konnte aber über Tage verfolgen, wie diese Knoten, das ist zum Beispiel dieser Knoten, am 12. Juli, und das ist er dann da oben gewesen, am 19. Juli mit 50 mm Brennweite, also mit dem normalen Objektiv, ein durchaus beeindruckender Komet, und hier mit 600 mm Brennweite auch. Also Komet hat in jeder Brennweite wahnsinnig viel hergegeben, war eine wirklich tolle Erscheinung und war wirklich über doch einige Wochen ein schöner Begleiter für alle Hobby-Astronomen, die gerne mal auf einen Kometen schauen. Ja, der nächste Helle, Fragezeichen, Dezember 2021. Ich habe hier mal kurz, Sie haben hier die Grafik, da ist die Erdbahn, pardon, da haben wir die Erdbahn, die bewegt sich von links nach rechts im Dezember und im November kommt von oben nach unten, Sie sehen hier, am 12. Dezember der Komet 2021, Leonhard, der Erde, sehr nahe. So, die Prognose ist so, dass er derzeit konservativ geschätzt wird, vierte Größenklasse bekommt, das ist also viel schwächer als der Neoweiß. Es gibt aber auch Prognosen, dass er heller sein kann. Es kann aber auch sein, dass er schwächer ist. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, in den ersten zwei Dezemberwochen am Morgenhimmel könnte ein heller Komet stehen. Ob es wirklich so ist, wissen wir frühestens im November. Ich glaube, man muss es so sagen, jede Prognose, die man heute in die Zukunft über so lange Zeitspanne macht, wie es absolut unser ist. Sie sehen hier, der Komet ist noch winzig klein, hat eine kleine Koma, kurzen Schweif und hat aktuell 18. Größenklasse oder ist jetzt gerade 17. Größenklasse hell geworden und wird auch in den nächsten Wochen, Monaten eigentlich nicht nur sehr langsam heller werden. Also gut, bitte den Termin vormerken. Und abschließend noch eine wichtige Sache. Was kann ein Amateur machen im Sinne der Wissenschaft? Das ist Astrometrie, das ist Photometrie. Ich selbst mache Astrometrie. Die Astrometrie macht man einfach Positionsbestimmungen. Das hilft dann wieder bei der Bahnbestimmung. Und das Ganze passiert bei mir mit Astrometriger. Das hat der Herbert Rarpus Linz vor über 20 Jahren entwickelt. Wird von Berufsastronomen, wurde von Berufsastronomen, die haben heute schon was Besseres, und von Amateuren bis zum heutigen Tag eingesetzt. Damit kann man Kometen und Kleinplaneten wunderbar vermessen. Das geht ganz genau. Ich habe eine Genauigkeit bei den Kometen unter einer Bogensekunde. Manchmal bin ich unter 0,5, manchmal auch drüber. Und wenn ich nicht so gut bin, bin ich auch über einer Bogensekunde. Die Residuen sind da gnadenlos und zeigen dir auf, wie gut man gemessen hat. Also, ja, Sie sehen hier da bei Astrometriger ausgewiesen, eben die einzelnen Objekte, die da im Bildfeld sein sollten, bis zur 24. Größenklasse. Das erreiche ich mit meinem Fernwand natürlich nicht. Bei mir ist so 20 bis 21. Größenklasse Schluss. Aber das kann man alles vermessen und dann bei meiner Planet Center schirken. Sie sehen also hier, man kann aber auch blenden, blinken, dass man sieht die Wanderung von Objekten. Also, man kann eben schauen, ist da vielleicht irgendwas Neues drauf. Ich mache das ganz gern mit Astrometriker und habe so jetzt auch schon einige, viele Felder mir angeschaut. Also, diese Aufnahme ist so im Feld entstanden mit diesem Gerät da rechts unten. Und kurz zur Statistik abschließend. Astrometriert habe ich zum Stand Jänner 2020 570 Kometen und habe eingeschickt 8200 Positionen. Und das teilt sich auf 330 nicht-periodische Kometen und auf 239 periodische Kometen. In der Zwischenzeit dieser Jahre vergangen ist schon wieder einiges dazugekommen. Also, Sie sehen, Sie können da einiges auch leisten. Und Catalina hatte zum damaligen Zeitpunkt, das ist das C23, eigentlich nur doppelt so viel jetzt der Kometenpositionen insgesamt total eingeschickt gehabt. Die haben erst in den letzten Monaten doch deutlich da nachgebessert. Ja, abschließend noch, ja, es wird viel publiziert, viel veröffentlicht. Die Bilder werden weltweit in den Zeitschriften veröffentlicht. Meistens in Sterne und Weltraum. Aber auch, es wird angeschrieben von Finnern. Ja, das kann man hier leider nicht, ich kann es nicht lesen, aber das sind die Finnern. Oder die Japaner. Das sind halt alles Aufnahmen. Oder hier im Geo. Also, Sie sehen hier, da ist nur ein ganz kleines Segment. Ich habe ein paar Kisten mit Zeitschriften, wo überall Bilder drinnen sind. Die ich irgendwann einmal in den letzten 40 Jahren aufgenommen habe. Und mit dem schließe ich aber ab, das ist meine Lieblingspublikation, das ist das Buch von Lucian Stephen Hawking, ein Kinderbuch. Die haben damals ein Kinderbuch gemacht, wo sie diese Aufnahme reingenommen haben, wo sie einfach Kindern erklärt haben, wie das Universum funktioniert. Und das ist schön, weil ich wollte ja auch damals, wie sie mich angeschrieben haben, kein Honorar, sondern ich habe gesagt, bitte schickt mir eine kurze Widmung. Nachdem Stephen Hawking natürlich das nicht konnte, hat er seine liebe Frau dann übernommen. Und mit dem möchte ich schließen und mich auch bedanken bei denen, die mir bei den Grafiken mitgeholfen haben und zur Verfügung gestellt haben. Und stehe jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.